ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren railroad video wir sind mal wieder in der schweiz und zwar in bern recht großer bahnhof wir haben hier die zehn bahnsteige die zehn gleise wo mich die züge anhalten lassen dann hier oben 12 von 13 1 und 2 und dann hier beim areal eilgut noch drei abstellungen und anschlüsse hier oben da da haben wir gleich 40 50 hier oben und da der anschluss auf der anderen seite wangdorf ostwillingen wangdorf löchligut ja das wird spannend das erste was wir hier immer tun ist musik anmachen ohne musik geht hier gar nichts und dann haben wir schon die s1 hier unten du bist nach bern gleis zwei macht es hier so sinn und dann gleis 2 und dann fährt er da hinten weiter aus 1 also die map wäre wirklich mal für ftls die sich mal am ganzen vormittag beschäftigen wollen damit vier stunden hast du was vor ich sag die man aber nur so eine halbe dreiviertel stunde hier drin machen einfach damit ich es mal gesehen habe die ganzen vier stunden so s1 du wirst noch gleis 8 kannst du haben und danach wangdorf ostwillingen gleis 3 also hier rein was macht das sinn was wenn du da gerade fährst so dann auf gleis 3 moment das wird es noch mal geben da konnte auch in den tunnel rein fahren und so auf gleis 3 ok und jetzt muss ich mich gewöhnen dass hier so ein tunnel ist und der nächste der war auf gleis 1 die s2 und dann fährst du auch darüber gleis 1 hier wieder die intelligente zentierung ja klar von bei seien es kommt jetzt was was bist du geh 1 bisschen güterzug ah ich kann dich aber beliebig annehmen ja dann bleibst du hier bei gleis 1 und du musst nach an der flüchten gut ich nehme mal gleis 3 i guess und schicke dich mal so durchfahrt um 6 ich stehe gut geliebig erst dann hier runter was was bist du noch ein güterzug oh scheiße jetzt hab ich auf gleis 2 angenommen weißt du was du fährst dann dem hier hinterher fährst dann aber bei gleis 3 dann das oder aus was machen denn güterzug hier verschwindet es aus meinem bahnhof ja ich weiß wo das signal musste warten vorspulen wow ok das ist eine 40er beschränkung ansonsten könnte schon 100 von und der nächste s44 berngleis 12 bis 13 beliebig und dann wangdorf löcheligut also hier unten rein naja dann kommst du erstmal hier rein wie lange stehst du da zwei minuten ok du musst dann ja auf gleis 1 ok du hast auch schon die vorstraße du hast auch schon die vorstraße vorspulen was bist du? an intercity 61 du möchtest auf gleis 4 kannst du haben Und dann fährst du Wankdorflüchtigut. Also hier wieder raus. Du wirst dann drehen. Okay. Das heißt, dir sagen wir dann schon mal, wenn denn. Du kannst dann auch hier entlang fahren und fährst dann da runter. Können wir es eh auf drei. Haha, passt ja. So, Vorspulen. Allerleute. Interregio 17 auf Gleis 9. Machen wir dann so. Und das ist auch wieder einer, der wenden wird. Ja, dann werden wir noch einige haben, die von hier kommen werden. Da reinfahren und wieder rausfahren. Hier spielt die ganze Musik in Bern. Das muss ja der Bereich sein von der Brücke da. Das auch mal abfahren. Alles zu dem. Erst mal weiter hier. Oder auch nicht. Der nächste beliebig. Und fährt dann auf Areal Eilgut. Okay. Und dann fährst du erst mal hier rein. Und dann fährst du hier wieder rein. Okay. Wer bist du? Okay. Intercity Gleis 2. Und wird dann auch wieder wenden. Okay. Das war es eigentlich bei dir falsch. Okay. Hab da nicht ganz aufgepasst gehabt. Und weg ist er. Zwölf Minuten stehst du da. Okay. Ja, wie viel denn noch? Ah, das ist einer so, der hier pendeln wird. Gleis 2. So, Areal Eilgut 3. Aber hier ist es nicht beliebig. Okay. Was bist du? Intercity 61. Du bist auf Gleis 5. Okay. Bitte auch wenden. So, du bist gewendet. Du bleibst 14 Minuten hier stehen. Und da hinten haben wir einen Interregio. Der möchte auf Gleis 8. Und fährt dann hier unten raus. Okay. Und der nächste. S3. Auf Gleis 1. Haben wir das auch. Ja, sorry. Du musst warten. Intercity ist vor dir. Gleich darfst du fahren. So, geht doch. Ach, die Pflaume steht doch sowieso für eine Minute. Ja, dann. Muss ich mir auch gar keinen Stress machen. So. Was haben wir hier? Intercity 8. Was von links? Okay. Du bist auf Gleis 6. Ich kann straben. Wo rein? Können wir erst mal vorspunnen lassen. Ja, tut mir leid. 7 Minuten, 12 Minuten. Der fährt jetzt dann auch. Da kommt nichts. So, vorspulen. So, der Interregio wird aber der nächste sein, der hier wegfährt. Oh, noch einer. So, was machst du jetzt? Du fährst dann nach Wankdorf nach da unten halt quasi rein. geliebig. Ja, dann fährst du erst mal hier. Bankdorf, löchligut. Hier unten. Wer bist du? Noch ein Interregio. Der wäre auf Gleis 3. Und dann bitte einmal wenden. bei dir wenden drin. Ah, na. Der fährt ja dort durch. Okay. Kann ich bei dir die Farbe ändern? Keine Ahnung. Komma gelb schon? Ja, schon so irgendwie. Rot auch. Machen wir das in so ein Grau. Ich muss die Abfahrt um 6 Uhr und der hat die und die fahren beide gleichzeitig raus. Finde ich jetzt aber nicht so gut. Der muss dann auf die 2 und der muss auf die 3. Der muss auf die 2. Ich warte noch mal, bis es dann so weit ist. Ich warte noch mal, bis es dann soweit ist. der Kollege fährt auf die 3. Ja, wunderbar. Upplausfahrt hier. Ah, so ein Bahnhof dann irgendwie in Simray. Ah gut, Simray wird es garantiert geben, aber in TD 2. Gefällt mir. Noch einer, auf dem wir aufpassen müssen. Naja, die da unten. So. Weiter vor. So, du musst ja auch Weyermanns Haus. Du musst eigentlich nicht wenden. Ja, sorry. Ist hier blockiert. Wobei die KI hätten eigentlich auch hier runterschicken können, was sie aber nicht gemacht hat. Naja, ist wie es ist. Und los geht's. So, du bist noch richtig gut 2. Das heißt, du fährst dann die Strecke, wo er hier fährt. Das tippt da genauso nach. So, du bist noch Weyermanns Haus 1. Kannst die haben. Du bist noch Weyermanns Haus 2. Wer bist du? Interregio. 49,50. Auf Gleis 2. Also hier rein. Oh, die wollen dann auch Warte mal. Oster Munningen und Löchligut. Okay. Wie machen wir es mit dir? Löchligut 2. Ich glaube, du fährst dann auch da lang. Das wäre dann der und der Oster Munningen 2. Der fährt dann hier. Und dann so. Auf die stellen das jetzt dann gleich richtig. Und dann kommt die da. Warte mal, der muss auf Gleis 2. Und fährst du dann auf das 1er hier runter. Alles klar. Andere Musik, bitte. So, das läuft. Hä? Musstest du? Bist du mich verarschen? Werden 9,50. 2? Warum bleibst du hier nicht stehen? Hä? Oder waren das die oberen 2? Wie dämlich ist denn? Ich hätte dich vermutlich da oben raufschieben. Aber warum ist das dann hier zweimal? Gut. Dann Wankdorf, Löchligut 3. Dann schickt man dich mal durch. Was will der? S44 auf Gleis 7. Na, da kommt jetzt hier gerade nicht raus. Und wen haben wir hier? Gleis 1. So, diesmal mache ich es aber richtig. Die schickt man dann mal Richtung 3. Das war das unterste. Ja. Lauft jetzt nicht nach Fahrplan. Ja. 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 I know. So. Bärngleis 1. 1. Fährst du dann wieder runter? Ne. Du fährst dann in die Richtung weiter. Okay. Bärst du auf Beliebig? Und fährst dann auf 1 da rein. Okay. Was? Wie lange stehst du da? 46 Minuten? Ja, wenn man Zeit hat. So, die haben noch 6 Minuten. Oh, scheiße. Die sind jetzt gerade losgefahren. Ostermundingen. 2. Und Flöchligo 2. Ja, geht jetzt gerade nicht, Leute. Bärnglas 1 bis 10. 3. Cool. Neues Achievement. Leute, komm. Gibt es Gas hier? Kann ich dich eigentlich schon mal losschicken? Gleis 7. Ich kann mich mal bis hier oben raufstecken. Jetzt ist hier alles voll im Gleisvorfeld. So, du kannst dem hinterher fahren. Dann auf die 2 hier. Und du fährst aus dem Munningen 2. Irgendwie so. Spannend. So, Vorspulen. So, du musst hier auf Gleis 7. Sorry für die Verspätung. Drehst du dann... Ah, nein. Der fährt dann nach links weiter. Okay. Möchtest du da bitte raus... Nein, der sagt bloß... Jetzt fährt der da nicht raus. Man. Das ist doch... Schra, Mann. Okay. Das ist jetzt echt dämlich. Liebe Leute, ich glaube, wir machen das nochmal neu. Beziehungsweise ich werde nochmal bis zu dem Punkt spielen, wo hier dieser Interregio 65 kommt. Und dann werden wir den gleich mal richtig hier reinleiten. Weil so ist das echt ein bisschen blöd. Also, liebe Leute, wir sehen uns gleich nach dem Reload. Wunderbar. Da wären wir jetzt wieder. Und dieser blöde Interregio da hinten, der ist gerade am Einfahren. Und den habe ich jetzt gerade mal richtig geschickt. Eine Sache fehlt jetzt noch. Musik. Und wir machen hier wieder Play. Ansonsten, alles wie vorher, ist ja der gleiche Fahrplan. Die sind ja gerade fleißig am Ausfahren. Das passt. Die Nächsten, die wegfahren. 1, 27. Oh, die fahren alle zeitgleich. Du fährst auf Gleis 2. So, dann machen wir das jetzt am blödesten. Ostermundigen. 1, 15. Dann fährst du. Auf Gleis 2 muss der. Das ist schlau, was ich da mache. Das wäre der. Und der muss noch Lichligu 2. Dich hier mal da hinten rein schicken. Irgendwie so. Ach, der hat jetzt schon die, ja gut, klar, hat er jetzt schon die Ausfahrt. 4 Minuten, 4 Minuten. Und der muss dann auf Gleis 2 hier. Und fährt dann auf 1. Cool. Los geht's. Was kommt jetzt hier? Du musst auf Gleis 1. Kannst du haben. Und hier unten kommt der nächste. Auf Gleis 7 muss der. Machen wir mal so. Okay. Und er ist dann in 1, 2 Minuten wie gleich, naja, ist gleich wie vorher. Nachdem du da ja auch auf Gleis 2 musst, kannst du eigentlich ihm hinterherfahren. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich dich da entlang schicke. Ah, doch, ich tue es. Auf Gleis 1. Können wir gerade wieder löschen. Äh, dann musst du hier oben fahren. Wobei, da kommt der Kollege jetzt von da unten. Du willst auch losfahren. Okay. Dann bitte einmal hier rein. Wo fährst du dann hin? Du fährst auch dort rüber. Warte mal, die schicken wir jetzt da hinten runter. Ich fährst dann hier auf die 2. Ah, wie lasse ich dich jetzt fahren? Die müssen sowieso gleich blockiert werden. Du könntest dann da fahren. Und, komm, Zug, geh mal weg. Warum kann ich es jetzt nicht auswählen? Hä? Nochmal. Du fährst dann, nee, lass mir dich da fahren. und dann auf Gleis 2 hier rein. Du musst auf Gleis 1, du fährst dann hier. Da, wo jetzt gerade blockiert ist. Hä, warum nicht? Hallo? Fahr dann Gleis 1. Hier hinten. Du musst auf Gleis 3. noch einer? Nein. Du musst auch nicht wenden. Okay. Was ist das wieder? Schräge Musik. Gehen wir mal jetzt weiter. So, der fährt auch noch löchelig gut dann weiter. Bleibt er davor stehen? Ne. Das ist auch schräge Musik. Einmal weiterschalten, bitte. also wenn die Musik dann ganz doof wird, weil das vermutlich im Edit austauschen. Verspätung. Ja, ist klar. So, du musst hier hin. Ja, nicht wenden. Fährst dann hier auf die 1. Kannst auch schon haben. Und der fährt auf die 2. Wie lange bleibst du stehen? Ne Zeit lang. So, dann können wir das hier mal ein bisschen schneller machen. Du kannst eigentlich da dann fahren, da dann fahren und auf die 2. Gleiche Strecke wie der da. Und der fährt auf das untere. Nice. So, weiterfahren. Was willst du? S1 auf Gleis 8. Und du auf die 2. was jetzt so nicht geht. Ah, es steht zu warten. Sonst keiner mehr. Okay. Ah, da kommt der nächste. Niederrege 65 auf Gleis 2. Ah, 49, 50 auf Gleis 2. ist jetzt blockiert. Warum hat er das jetzt wieder gelöscht? Minute 18. So, und von da Gleis 2, das heißt, du fährst über Gleis 10 nach da hinten. Wo geht's denn dann weiter? Ach, der wendet dann. So, jetzt. Autofahrt. Eine Minute. Du musst dann auf das 3er hier runter. Dann können wir dich so schicken. Eigentlich auch wieder hier rein und dann auf die 3. Ja, passt. Waschpull. Ah, steht wieder was da oben. Der will dann nach unten beliebig. Bankdorf löchle ich gut. Also das unterste. So, voreingestellt. Mensch, was ist denn das für die Musikauswahl hier heute? Geht ja gar nicht. Ach ja, gleich 2. Du musst auf Gleis 9. Schauen wir mal ganz kurz. Gut, und wo musst du hin? Gleis 2. Mensch, kann ich bitte mal anständige Musik hier haben? Okay, das klingt anständiger. Hast du ein bisschen Elektroswing-mäßiges? Das ist magisch. Oh, stimmt, ich könnte eigentlich wirklich mal Elektroswing drunter legen. Muss noch schauen, mit den Lizenzen. Worte bei Epidemic ist halt, dass ich da für jeden Song da drin halt die Lizenzen habe. Ja, ich glaube, wir können ein bisschen vorspulen. Du musst einmal wenden. du aber dann nicht, du bist schon gewendet. 22 Minuten. Holy shit. Gut, weiter geht's. Wieder 2 und dabei auf Gleis 4. Kannst du ja haben. Dann wirst du gleich schon mal wenden, wenn du ankommst. Der muss auch wenden und der muss auf Gleis 10. So, auch bei dir wenden. Dankeschön. 60 Minuten steht er hier da. Und hier ist Wenden nicht drin. Okay, weiter geht's. 2, Eilgut 3. Okay. 2, Eilgut 3. Gleis 7. Gut. Und Gleis 5. Kann man so machen. Jetzt hast du keine Ausfahrt. Ah doch. Der fährt über den Tunnel. Schlau. Und hier auch wieder. Du musst Gleis 6. noch einer. Gleis 1. werden wir es ja Gott sei Dank eh noch ein bisschen stehen. Was? Wo? Hä? Achso, ja. Mein Gott. Intercity Gleis 3. Gleis 3. Hätten wir das auch? Die stehen alle richtig. Du stehst denn richtig? Bei dir passt's. Bei dir einmal Wenden. Ja, der fährt da oben wieder zurück. So, okay. der fährt nach unten. Kann da schon mal durchheizen. So, nicht wenden bei dir. Nicht wenden bei dir. 9 Minuten, 12 Minuten. Cool. Noch einer. Okay, hier kann ich beliebig sagen. Wirst du bei der Ankunft bitte wenden, wenn du da gerade wieder zurückfährst? Cool. Fast voller Bahnhof hier. So, du fährst dann hier rein. In den nächsten Abfahrten. Ah, er hier. Drei Minuten, vier Minuten, zwei Minuten. Du fährst aber in die Richtung. Fährst dann auf das Zweier. Gebe ich dir schon mal. So, Wankdorf löft die Gut 2. Wär er auch erledigt. Und dann kommt er her. Moment mal. Wankdorf, die haben beide richtig gut 2. Er fährt aber erst in den Minuten. Er fährt jetzt schon ab. Okay. Dann war ich das für dich hier hinten auch mal nach. Cool. So, dann sind das hier die nächsten. ist der Muningen 2. Er fährt jetzt in die Richtung weg. Sehr gut. und der muss auf gleis 2 ich werde dann in den tunnel auf 1 war das vorprogrammiert das best noch zwei minuten er macht dann genau die gleiche strecke wie er hier da ich hab dich vergessen da kommen auch wieder züge 999 durchfahrt zwangt auf löcheligut ok ich gehe mal hier unten rein du musst auf gleis 7 ein bisschen mittig hättest gern hier rauf naja da steht jetzt aber eher hier drin oh shit falsche richtung bei dir ich müsste mir ebenfalls da auf die drei jetzt alles richtig so und du fährst dann hier hinten auf die 2 und die nummer 1 ok liebe leute wir sind wieder an der zeit aber das ist der berner bahnhof ich glaube da kann man schon spaß haben vor allem wenn dann diese random züge reinkommen wie der hier wo man dir einfach eine einzelne look mit dem man dann irgendwie umgehen muss macht spaß über vier stunden könnte sich hier spaß haben mit so vielen zügen hier nach echten fast echten fahrplan also wenn es euch gefallen hat lasst vielleicht einen daumen nach oben da bleibt gesund und bis zum nächsten mal ciao ja liebe leute das ist leider das ende von dem video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum spiel findet ihr hier in dieser playlist ansonsten der neueste upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren discord server link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der community ansonsten lasst ein abo da und dann verpasst ihr kein upload mehr bis denn dann euer bravura bis zum nächsten mal tschüss